ist ja wirklich schade die hauptakteure um die es in diesem video eigentlich geht werden wir kaum zu gesicht bekommen ich kann ich schon sagen es gibt komische vögel auf der welt vögel ist das stichwort um die geht es in diesem video ich habe den nico neben mir und der nico kennt sich wirklich mit vögeln aus der ist biologe ornithologe oder wie man das auch immer heißt und in diesem video behandeln wir mal welche möglichkeiten der hobby gärtner und natürlich auch der naturschützer welche möglichkeiten der hat der heimischen vogelwelt und dem garten vielleicht ein bisschen nutzen zu verschaffen bleiben sie mal dran das wird spannend nico hallo und herzlich willkommen wieder bei neuestem garten des blog und auf meinem youtube kanal du bist erklär mal kurz von der ausbildung biologe biologie studiert und beschäftige mich aktuell eher im hobbybereich aber theoretisch auch wissenschaftlich mit der vogelwelt mit der vogelwelt also man könnte dich als ein birdwatcher ja genau ein birdwatcher du hast in deinem wo sind wir überhaupt erstmal hier das ist vielleicht noch interessant wo sind wir hier in der elbaue bei lutherstadt wittenberg im überflutungsbereich der elbe da haben wir uns das grundstück gekauft auf einer kleinen insel du lebst quasi wenn hochwasser ist hier auf einer insel so ist das und du hast auf deinem gelände einen ganzen haufen wie nennt man nistkästen vogelkästen nisthilfen verteilt für alle möglichen vögel genau weil du einfach spaß dran hast und da sind auch welche drin und erkennst du irgendwelche nutzen sind das jetzt mehr geworden im laufe der zeit langzeit wäre jetzt gelogen wenn ich jetzt von einem vom ersten jahr spreche das habe ich natürlich vor mal auf dauer zehn jahre 20 jahre je nachdem mal zu sehen wie sich das verhält vielleicht auch in kombination mit den tieren die man hält ob es da irgendwelche effekte abnahmen zunahmen was auch immer gibt wie gesagt das ist das erste jahr da führe ich in der brotzeit die ist jetzt zu ende so ziemlich regelmäßige kontrollen durch dieses jahr glaube ich sechs stück wird aufgeschrieben wie viele eier liegen drin welche art brüte das muss man so kompliziert natürlich nicht machen ja für mich ist es halt ein kleines projekt was ich eben gestartet habe in meinem eigenen garten und man sieht schon durch das durch die schaffung von höhlen was es ja letztendlich ist ein effekt besteht überhaupt die notwendigkeit die vogelwelt zu unterstützen oder ist überhaupt so bedroht als dass man was tun muss also in der agrarlandschaft gehen die vogelarten im wesentlichen auf jeden fall stark zurück oder sind schon zurückgegangen es gibt lebensraumtypen da sieht es vielleicht anders aus aber der trend ist leider so dass die arten im wesentlichen abnehmen tatsächlich du kennst ja meine videos du hast gesagt du bist ein fan von mir du kennst meine videos du kennst meinen garten diese 2000 quadratmeter garten lassen wir uns mal darauf beschränken welche was meinst du welche möglichkeiten habe ich da die vogelwelt zu unterstützen grundsätzlich sehr viele also vom naturhecke anlegen was jetzt so wirklich die nahrungsgrundlage erst mal ein bisschen verbessert bisschen wie man immer sagt wilde ecken totholz mal irgendwo ein haufen äste liegen lassen brennesseln bei einem ende ist es so der vogel ich spreche jetzt mal von den gartenvögeln im wesentlichen auch in einer jungen aufzucht insekten raupen der habe ich auch immer so genau das ist schon mal gut dass die grundlage die nahrungsgrundlage sind die nicht da wirst du kaum vögel haben also einen golf rasen und dann drei vier kästen hingehangen wird schwer da wird der vogel in deinem garten zumindest keine nahrung finden ja dann hat er zwar den nistplatz fliegt vielleicht zur nahrung suchen woanders hin aber gibt gibt es irgendwelche vogelarten die ich besonders fördern sollte jetzt für meinen garten ich nehme an wenn ich da jetzt dafür sorge dass da ein adler brütet der tut mir herzlich wenig ja richtig also grundsätzlich die kleinen insekten fressenden vogelarten von sperlinge über meisen über hausrotschwanz wird bei euch sicherlich ein thema sein keine ahnung ich kenne mich damit nicht aus kann auch gartenrotschwanz sein die sind ein bisschen ja auf so schrebergartenanlagen findet man die manchmal da muss aber die umgebung passen im normalen hausgarten hat man ja quasi keine höhlen welcher baum wenn er irgendwie so alt wird dass er höhlen hat dann wird er in der regel weggeholzt weil er gefährlich wird oder so deshalb ist ja die idee hinter so einem listkasten dem höhlenbrütenden vogel einen brutplatz einfach zu schaffen wobei du mir eben erzählt dass nicht alle vögel brüten in höhlen gibt vögel die kann ich gar nicht bewusst anlocken sondern die brüten auf der erde oder dergleichen also manchmal wird man gefragt nach rotkehlchenkästen gibt es nicht also die brüten halt im buschwerk bodennah sagen wir mal bauen ihr eigenes nest schlichtweg die gehen nicht in so einem kasten wahrscheinlich meinen die meisten auch rot schwänzchen das ist dann der kleine oder feine unterschied die brüten beispielsweise in halbhöhlen da ist der kasten mit so einem ganz breiten schlitz versehen halbhöhlenbrüter gibt es extra kästen für brütet auch die bachstelze drin und gibt es alles mögliche ja ansonsten kann man das ein bisschen variieren durch die lochgröße ja also ich glaube da oben ist gerade ein 32 mm kasten wenn ich möchte wer soll sich darin wohlfühlen haussperling äh entschuldigung feldsperling und meisen fast alle passen da rein ja das ist schon das hauptsächliche was ich mit so einem kasten anlocken eigentlich die kleineren da gibt es 28 mm kästen da gehen dann wirklich nur blaumeise hauben meise in dem lebensraum die würde hier nicht vorkommen aber ja so ganz kleine arten also da kann man schon ein bisschen selektieren durch die lochgröße sagen ja nico jetzt stell dir mal vor ich wollte jetzt helfen ich nehme mir so ein paar bretter mach so genau bauten dann höhlen da draus oder warum benutzt du diese wie hast du gesagt was hat das ist holzbeton holzbeton warum diese langlebigkeit ich habe ja das projekt angelegt auf in der hoffnung dass es alles so lange funktioniert auf sagen wir mal 10 20 jahre die dinger halten wenn nichts dazwischen kommt auch mal 30 jahre ich habe einfach keine lust bei über 100 kästen die hier hängen alle fünf jahre 100 neue holzkästen zu bauen das geht dann irgendwann einfach also das ist variiert über die lochgröße was gibt es noch für verschiedene möglichkeiten insgesamt die botraumgröße also die müssen erst mal eine kleine grundgröße haben da gibt es aber auch wenn man das selber bauen möchte anleitung für die teile hier die sind alle genormt quasi das hat man ausprobiert was das perfekte da gibt es anleitung im internet zuhauf nabu sehr gut du schickst mir ein paar links zu die sind unten in der beschreibung drin genau genau das machen wir so oder eben diese holzbetonkästen firma schwegler ist ganz groß da gibt es noch ganz andere etliche was hast du noch für tiere hier was hast du noch für kästen hast du noch irgendeinen anderen du hast ja 120 stück hier das weiß ich aber irgendwas wird jetzt von diesen traditionellen kasten hier abweicht was vielleicht ein bisschen was anderes ist widerhopfbrotröhre ok wo ist einer gehen wir hin gehen wir hin dahin mitkommen was ist denn der widerhopf fünf vogel ich habe noch nie eigentlich aus bewusst keinen gesehen ganz lange schnabel der ist ungefähr sagen wir mal tauben groß orange schwarz weiß gestreift also wenn es ganz wild hat so eine haube auf dem kopf die er bei erregung aufstellt gefahr oder sonst was und kommt eigentlich so in heideflächen vor recht selten im landkreis wittenberg glaube ich um die acht brotpaare oder so also doch recht selten an sich jetzt sind die vogelarten eigentlich in ganz deutschland gleichmäßig verteilt oder habt ihr hier welche jetzt außer jetzt die die mit wasser zu tun haben habt ihr welche die wir nicht haben und umgekehrt ja das gibt es also ganz verschieden weiß nicht wo man da jetzt anfängt hier in der elbaue sicherlich typische arten wären kiebitz wenn es dann die überflutungsflächen noch gäbe großer brachvogel gab es alles mal durch die bewirtschaftung entsprechend haben es die sehr schwer die arten die habt ihr aber mutmaßlich in der rein aber vielleicht auch das weiß ich jetzt gar nicht genau was sich ausbreitet gerade in sachsen-anhalt schwerpunkt mäßig vertreten das ist der bienenfresser so auf kiesgruben bezogen die brauchen steil hänge wo die ihre brutröhren anlegen können so die bohren das dann in den sand rein ich glaube die wüsste ich nicht dass ihr die habt aber die ziehen gerade genau wasserbezogen fischadler seeadler weiß nicht ob das bei euch seeadler ein thema ist das weiß ich nicht also ich glaube nicht dass da irgendeiner lebt warum hat dieser nistkasten ein längliches loch das soll so ein bisschen einen größeren höhleneingang sozusagen da ist noch nicht ganz dieser halb höhlentyp den es gibt aber es gibt immer vogelarten die gehen eben spezieller in solche nischen sagt man auch manchmal nischen und hier kann grau schneppereien gartenrotschwanz die mögen so ein bisschen größere öffnungen was aber noch nicht ganz große sein so ein zwischending kann man sagen wie viele verschiedene arten gibt es denn von diesen wenn die jetzt auch du hast eben diese firma genannt wie die vertreibt wie viel verschiedene gibt es denn da das ist eine gute frage 15 20 30 stück ich denke verschiedene schon also da gibt es ja dann noch mal die unterschiede wenn man jetzt marder katzenschutz das sind dann diese vorgezogenen eingänge am ende aber der gleiche nistkasten typ wenn man so will vom loch her dann gibt es ja aber eulen kästen diese video hopf röhren gibt es diese ganz vielen verschiedenen noch größen 28 32 35 und 45 millimeter glaube ich gibt es da also etliches du hast eule angesprochen eule wäre interessant die fressen mäuse hast du so einen kasten hier hängen genau im waldkrautkasten waldkrautkasten wir gehen hin sag mal nico wie bist du auf diese vogelgeschichte gekommen so in den zwei sätzen ich habe bei meinen garten bei meinen älteren im garten gesessen und habe mich gefragt wie viel vogelarten sehe ich auf einen haufen irgendwo im garten habe einfach eine liste genommen habe die liste geführt und war extrem begeistert was es alles gibt weil ich auch durch wahrscheinlich zufall ganz tolle arten gerade am anfang gesehen habe raubbürger kleinspecht ich war begeistert dass es sowas überhaupt gibt dann hat mich die ja das ist das feuer da gepackt wir haben gleich noch eine liste wo drauf steht welche vögelarten du alle hier schon beobachtet hast ja die geben wir gleich noch mal durch das sind ganze ganz exotische vögelchen dabei welche welche ich davon besonders bevorzugen sollte nico ich habe aber keine möglichkeiten die vögel letztendlich dort hin zu locken ich muss einfach davon darauf hoffen dass diese höhle die ich da aufhänge dieser nistkasten dass der den passt wenn der die wenn der den nicht passt ist kann man so sagen also der kasten muss an sich passen die vogelarten muss natürlich irgendwo darauf vorkommen dass sie die möglichkeit hat das zu entdecken logischerweise nahrungsgrundlage ganz wichtig die muss irgendwo gegeben sein selbst beispiel mit einem insektenhotel toll dass die leute sich das alles hinstellen wichtig ist aber dann auch irgendwo eine stelle wo blühende pflanzen vorkommen damit die insekten auch was finden und ähnlich ist es eigentlich mit den kästen auch also eine meise die keine raupen irgendwo findet zum füttern wie soll die dann also was soll die dann mit dem nistkasten ich kann da auch nicht nicht mit mit futter oder weil mein vater glaube ich habe doch mal gesagt der der tut da irgendwie schon mal rein dann nehmen die das eher an oder was ist mit den fällt mir gerade ein mit den alten nestern nimmt man die raus oder lässt man sie drin man kann die auf jeden fall drin lassen in der naturhöhle wird es auch nicht ausgeräumt werden man kann aber da gibt es ganz kontroverse meinungen zu es gibt die fraktion die sagt nein ausräumen immer sauber machen auf der anderen seite gibt es aber auch die leute die sagen nein wenn ich die raus räume mache ich ja auch die parasiten die oder die gegenspieler der parasiten mit kaputt und räume die mit raus ist ja auch schlecht und ich habe ich beobachte das regelmäßig in besetzten kästen vom vorjahr besetzte kästen wo material drin ist da kommt der star und schmeißt alles raus das geht dann mal einen tag lang und dann räumt er den kasten aus und dann fängt er neu anzubauen also die machen das schon noch teilweise selber nico wie viele von diesen dingern könnte ich denn auf meinen 2000 quadratmetern letztendlich aufhängen ist irgendwann sense ist irgendwann schluss wenn die population jetzt mal angenommen dass das nahrungsangebot wäre groß genug gibt es irgendwo eine grenze haben die territorien dass die nicht zu nah beieinander brüten oder wie sieht das aus auch das ist unterschiedlich also du wirst arten haben die brüten als kolonie von den sperrlingen da wirst du wahrscheinlich keine grenze kennen ja es gibt aber auch hausrotschwanz beispielsweise die mögen sich gegenseitig nicht wirklich oder meisen sind auch recht territorial also wie viele solcher dinge sollte ich anschaffen kannst 20 stück locker das ist offen also verschiedene noch größen da ist man schnell bei dem bei der zahl hier hast du mehrere sechs stück auf einen genau auf einer stelle spielt keine rolle sagst du aber du hast was dazu zu erzählen genau also mal kurz von einem anderen beispiel erklärt da hängen fünf kästen übereinander mit verschiedenen lochgrößen alle von verschiedenen vogelarten besetzt das geht ja starr haussperling feldsperling kohlmeise und hausrotschwanz glaube ich so was funktioniert in dem fall sind zwei kästen besetzt hier könnten die sperrlinge in der kolonie bilden und alle besetzen das geht ohne weiteres im haus selber brüten da sieben stück nebeneinander also sind die eigentlich standorttreu also wenn ich einmal einen kasten besetzt hatte kann ich dann davon ausgehen dass wenn der vogel noch lebt er im nächsten jahr wieder kommt oder suchen die immer wieder neu kann man teilweise von ausgehen das auch wieder unterschiedlich natürlich aber die feldsperrlinge das sind größtenteils standvögel größtenteils die beziehen sehr wahrscheinlich auch ich habe hier zum beispiel ein beringtes tier von meinem vorbesitzer der hat das vor drei jahren mal irgendwann bringt sind wir noch da also der scheint hier sich aufzuhalten dauerhaft und das werden viele wahrscheinlich von denen so machen du hast gesagt geht darum dass die katzen nicht dran kommen ich sollte so aufhängen dass katzen nicht dran kommen aber diese hülse die davor hat es ist auch ein schutz schon mal also die kommen da nicht rundherum das ist so ein prädatoren schutz da kommen die mit ihren beinen nicht so richtig um die ecke zum nest hin das ist auch ein schutz sieht nicht schön aus hilft aber auch das glatt das glatt ich habe es hier wegen waschbär weil da oben turmfalkenkasten und storchenhorst ist und die waschbären hier wie verrückt sind naja das kann man theoretisch an einem baum auch machen die frage eines laien du hast gesagt du hast schon mal mehrere dutzend storsch auf deinem haus sitzen gehabt ein storsch habe ich keine chance rüberzuziehen zu mir wenn du kaum welche in der nähe hast oder keine in der nähe hast die jetzt brütend irgendwo in der nähe sind schwer also die da wirklich anzusiedeln nicht über aber wir müssen jetzt mal gucken wo die nächste sogenannte spenderpopulation wäre wo die denn sich dann bei dir einfinden könnten aber das ist ja hier schon schwierig wir haben ja rundherum in jedem dorf ein bis zwei brutpaare überall aber da wirklich mal einen neuen zu etablieren wie das hier ist kann ewig dauern das kann schwer sein kann schnell gehen ist unterschiedlich nico welche vögel vogelarten stehen denn besonders auf der bedrohten liste in unserem land wenn man bei den agrarvögeln anfangen rebhuhn kiebitz großer brachvogel die hatte ich ja schon genannt ganze feldvogelarten grau ammern gehen zurück oben lärchen warum gehen sie zurück ich denke auch da im wesentlichen nahrungsgrundlage die fehlt wer zerstört die nahrungsgrundlage ich nenne es immer nur ungern so pauschal mit der landwirtschaft aber das hat sicherlich einen großen einfluss mit dieser industriellen großflächig bewirtschafteten fläche wie es durchgeführt wird hat sicherlich einen einfluss es ist garantiert nicht der einzige faktor ja das geht ja schon los mit feldhecken die weggenommen werden da fehlen dann schon die strukturen für irgendwelche hecken brüder oder auch die nahrungsgrundlage die insekten die dann wegfallen nahrungsgrundlagen auf der einen seite die lebensräume also von den höhlen über die hecken wie gesagt auf der anderen seite und einfach diese großflächige bewirtschaftung die den tieren gar nicht die möglichkeit gibt überhaupt auszuweichen wenn ich jetzt nur vor meiner haustür hier die wiesen sehe die auf wahrscheinlich hunderte hektar an einem gleichen tag gemäht werden wo soll da ein schmetterling von a nach b die nächste nahrungspflanze finden und das ist dann auf die vögel genau dasselbe bezogen also wo ist dann ein bereich wo die feldleiche da ihre brot hochbringen kann wenn da schon super zeitig mit den maten angefangen wird das ist halt die die fläche irgendwo viel zu groß die gleichzeitig bewirtschaftet wird da haben halt die tiere dass nur insekten oder vögel sind nicht die möglichkeit wirklich auszuweichen direkt spielt die flächen versiegelung in unserem land eine rolle oder dass die landschaft immer weiter zerstückelt wird wie groß ist eigentlich so ein einzugsgebiet von so einem was ich noch meise wie viel lebensraum braucht die eigentlich also von meinen 2000 quadratmetern wie viel pärchen wie viel meisen oder spatzen pärchen könnten denn da überhaupt leben das ist schwierig das ist schwierig zu sagen also bei mir ist es ja auch so ich habe ein hektar 10.000 quadratmeter und hatte über 30 insekten fressende vogelbruten gleichzeitig zur gleichen zeit die jammer nicht nur hier bei mir und nahrung gesucht haben die sind auch über den wald geflogen deswegen ist es halt schwierig zu sagen wie wir würden wirklich hier nur rein von dieser fläche klarkommen die fliegen ja immer weiter die halten sich ja nicht an irgendwelche grenzen jetzt grundstücksgrenzen oder so auf also das ist schwierig zu sagen ja aber da sagt man ja beispielsweise dass meisen da wirst du kaum deutlich mehr als zwei paare schätze ich mal in deinem garten haben können weil die so territorial sind und das hängt dann schon damit zusammen die bilden ihre eigenen territorien nach der größe wie halt auch insekten also nahrung für die jeweiligen paare zur verfügung steht das machen die sich dann schon selber unter sich aus deswegen kannst du trotzdem den lebensraum anbieten ist jetzt nicht 50 meter zwischen den gästen lassen du hast sogar kästen quasi in diesem schuppen drin hängen genau ich weiß jetzt nicht ob man das genau auf dem video sieht also wir haben hier eine ganze reihe mit standard löchern dahinten was sind dafür welche die 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 längliche öffnung da das für rauchschwein die bauen in den nischen ihre eigenen höhlen noch mal rein das ist nur dass es besser hält weil die bauen ja mit leben ja und das da ist so ein hasen gitter dahinter so ein kanickeldraht das ist halt hält das ist ja nicht so wenn die die balken sind ziemlich glatt da bauen die zwar auch dran wie man da hinten sieht aber die fallen gerne mal ab dann ein bisschen befestigen das ist hält aber ja die brauchen also raue wände eigentlich normalerweise wo die anbauen und halt innerhalb von stallungen die werden häufig zugemacht so im normalen umgang irgendwelche scheuen wo die fenster geschlossen werden einfach aufmachen nico sag mal gibt es eigentlich auch vögel die ich liebe aus meinem garten fern halten sollte gibt es vögel die besonders gerne brokkoli fressen oder dumme frage was das ist das nicht also eher dann an den früchten die sich an den früchten zu schaffen machen ja vom starr über naja gut ich habe hier draußen die ganzen grasmücken mönchsgrasmücke dornengrasmücke klappergrasmücke gartengrasmücke die fressen alle holunderbeeren ja ganz gerne okay sind die vögel eigentlich entweder vegetarier oder fleischfresser oder sind gibt es da unterschiede mich formen von ja im grunde genommen muss da unterscheiden zwischen brutzeit und sonstiger also außerhalb der brutzeit die schwerlinge die fressen sämereien an der futterstelle ja im winter und brauchen aber für die brut und nehmen auch selber auf insekten in der brutzeit zum füttern einfach protein was war der nächste kasten den zeigen wolltest nicht so schnell ich komme ich hinterher was hat es mit diesem kasten auf sich das ist eigentlich ursprünglich oder es ist immer noch ein mauersegler kasten der aber den effekt hier nicht mehr erfüllen wird also ein mauersegler wird hier nicht reingehen der braucht man sagt so eine ungefähr eine höhe von fünf metern weil wenn die sich rausfallen lassen und in den flug übergehen das ist ja einfach zu dicht am boden den hatte ich aber in unserer wohnung in der stadt da haben wir in der dritten etage gewohnt und da hatte ich den auf dem fensterbrett stehen da wäre das durchaus möglich gewesen den mauersegler in unseren kasten reinzukriegen sind auch kolonie brüter deshalb ist das geteilt zwei bruträume drin hier hängt er jetzt gut da war zuerst der star drin erfolgreich gebrütet und dann nochmal feldsperling du hast mir eben noch gezeichnet fledermaus du sagst manchmal sind auch fledermäuse in den dingen haben die auch einen positiven nutzen im garten außer dass sie mücken fressen im grunde die fressen insekten ja was haben die fünf positiven aber nur fliegende insekten ja also so ein kohlweißling der da fliegt dem würde eine fliegende nacht nicht nehme ich ja okay fliegt nachts nicht genau irgendwelche ja von mücke über du hattest mir eben eine gezeigt lassen wir rüber gehen mich würde mal interessieren ob die noch da drin sitzt nico glaubst du es hat wirklich einen positiven effekt ist das wirklich messbar wenn ich jetzt da die population der vögel bei mir hoch treibe habe ich dann weniger probleme mit raupen ob das messbar ist das schwer wahrscheinlich wenn man das jetzt vom wissenschaftlichen aspekt her sieht müsste jetzt mehrere Jahre das gleiche wirklich anbauen gucken nistkästen und mit was ist dann drin ob das so wirklich messbar ist ist die frage vielleicht ist das auch ein bisschen einstellung philosophie keine ahnung es ist ja auch ein bisschen naturschutz und jeder der sich mit garten befasst ich meine es ist ja schon irgendein zeichen wenn ich dem vogel einen lebensraum biete sowohl vom garten als auch von dem kasten an sich und da zieht jemand ein dann war ja das potenzial irgendwo da da jemand einzieht also ist das ja schon mal nicht schlecht wenn ich dem jetzt das biete da ist die federmaus drin okay die gucken uns jetzt mal an müsste eine mückenfledermaus sein waren sogar mehrere drin in einem alten westen ist tatsächlich der kameramann halt das ding mal da oben drauf die schwarzen beine die da unter dem wespen nest rausgucken die zeigen ist eine sache habe ich mir noch nie so wirklich gedanken drum gemacht insekten hotels anzulegen ist ja eine eine gängige praxis aber jetzt wirklich im nennenswert im stil hier vögel zu unterstützen hatte ich mir nicht habe ich nicht auf dem schirm muss ich umsetzen thema fütterung hatten wir doch gar nicht angesprochen du hast da hinten eine große futter stelle stehen da gehen wir jetzt noch mal was ist mit mit raubvögeln ich habe gehört elstern fressen auch gelegentlich schon mal junge vögel wer ist noch der kommt noch in betracht diese raben oder krähen oder war generell krähen vögel die sind rein von der biologie darauf ausgelegt da schlüpfen die jungen oder andersrum die werden flücke in dem alter wenn die anderen kleinen vögel ihre jungen haben so dass die eben da eine gute nahrungsgrundlage haben das ist halt einfach so ich hatte hier auch ein elstern paar die haben vier junge rausgebracht klar haben die auch mal schreiben das ausgeräumt oder irgendwas anderes ich habe hier regelmäßig enten gelegen und da sind immer sechs sieben acht neun zehn eier drin und am nächsten tag sind die weg und ich bin mir immer noch nicht im klaren darüber wer die wer die wegräumt können das wirklich elston oder krähen oder sowas sein da würde ich eher ein raubtier im sinne von säugetier also sprich marder vielleicht waschbär ich weiß nicht wie das bei euch aussieht aber habe ich noch keinen gesehen gott verdammt nico thema fütterung du fütterst das ganze jahr über durch genau ich füttere habe eine ganze jahres fütterung wobei du mir aber gesagt dass es gibt untersuchungen da das weder positiv noch negativ ist ja auf jeden fall ist es ja nicht schlecht wenn es keinen negativen effekt hat und die nehmen es an das ist rund ums jahr ich könnte mir vorstellen für ein vogel ist es einfacher an den futterkassen zu fliegen als bei mir im garten nach irgendwas zu suchen ja weiß ich nicht also wenn die in deinem garten genug raupen finden dann nehmen die die bevorzugt da würde ich wetten dass die eher die raupen nehmen natürlich vorkommende halbwegs als jetzt die fütterung an sich aber das schwankt auch es sind mal die meisen sind manchmal gar nicht da auch über monate nicht was fütter ich sollte ich wirklich auf die gekauften meisenknödel zurückgreifen da muss man aufpassen also da gibt es hauptsächlich wenn du jetzt wirklich in der brutzeit füttern möchtest insekten also ich insekten angereicherte sage ich mal da sind meistens irgendwie mehlwürmer oder so drin das habe ich hier als knödel dieser knödelring wo eben insekten mit drin sind weil die eben gerade in der brutzeit auch insekten mit verfüttern du hast mir eine liste gegeben von allen vögeln die du hier bisher gesehen hast richtig ja mal durchgehen also so amselbachstelze ist ja noch in ordnung aber da waren ganz exotische dabei dornen gras mücke was haben wir noch ein fetis was ist alles in der welt ein fetis noch nie gehört am lustigen zilpzalb ja am ende steht ein zilpzalb haben sie schon mal von einem zilpzalb gehört oder einem ziegenmelker warum heißt der kerl ziegenmelker das ist eine gute frage da muss ich ins buch da muss passen okay was haben wir noch ein sumpfrohrsänger eine tannenmeise der ziegenmelker ist allerdings tatsächlich hier was besonderes weil der absolut in anführungsstrichen falschen lebensraum hier unterwegs war also der ist normalerweise heidebewohner wir sind ja eine auge der war einfach im zug das war ende september das war sogar für deutschland einer der letzten der beobachtet wurde hätte man mir nie geglaubt wenn ich da nicht mit einem kumpel unterwegs gewesen wäre der das auch bestätigt hat okay ein letzter test an den ornithologen warum heißt der neuntöter neuntöter ich denke es gibt dir keine blöde denkt ihr irgendwas aus ich würde sagen das licht an seiner art zu jagen die spießen die erlegten käfer oder auch teilweise kleine möge bis dass sie neun stück auf dem sparen schnabel haben vielleicht dann sind zufrieden war eine interessante angelegenheit ich werde mir das mit sicherheit vornehmen etwas in die richtung zu unternehmen das anderen kasten von mir ja dann mache ich ein video drauf draußen wieder ich hoffe das funktioniert dann besser wie mit dem hummel kasten weil den habe ich schon hier oben in der infobox den habe ich schon seit jahren da steht da kommt keine hummel rein aber ich werde das machen das ist sicherlich die ausrichtung auch immer eine sache also wohin ist das flugloch ausgerichtet südost nicht in die knalle sonne ist immer das ist eigentlich nicht besonders sonnig da muss man immer gucken dass es ist es ist natur ist man kann sie nicht planen stimmt so ist das genau und am ende ist es so je mehr kästen du hängst die größer ist die auswahl für die vögel und die suchen sich schon das passende raus du weißt wie meine videos enden ja jetzt ging das ja um vögel hast du nicht so ein bisschen ausgepresste meise oder sowas für mich war ein scherz ist du eigentlich hühnchen wo du so ein vogel fan bin ja schon ich habe ja auch meine eigene hühner aber du hast was von für mich ja in diesem sinne abonnieren like button drücken wie immer ihren nächsten amazon einkauf über einen meiner links dann kann ich mir so 20 von diesen kästchen da oben erlauben und sie werden dann in den videos verfolgen können wie sie wie die sich geschlagen haben meine letzte ich gebe jedem die möglichkeit eine message da draußen an die zwei 150.000 abonnenten zu geben deine chance also ich denke ist es wichtig eine kleinigkeit umzusetzen was jeder machen kann ich meine muss keiner 100 nist kästen hier hängen einer 25 ist ein anfang ist der natur geholfen ich hatte auf meinem balkon wo wir mal gewohnt haben einfach auch ein paar kornblumen wachsen lassen und wenn dann nur meine biene ranfliegt aber die hat dann einmal ihre nahrung gefunden also ist eine kleinigkeit das kann irgendwie immer einer aber viel klar viel klein viel macht auch misst ich denke und das ist nachher am ende das wichtige bist du eigentlich optimist oder pessimist ich denke alle optimist du glaubst die natur in in diesem land oder die natur weltweit wird ich denke wir schaffen das man muss eben daran glauben ansonsten nicht mehr aufgeben kann jeder das andere das schafft man schon abonnieren like button drücken nächsten amazon einkauf über meinen meiner links in diesem sinne bis demnächst nico eine letzte frage ich kommt bekomme oft die nachricht ich soll die eier nicht anfassen und keine kleinen vögel anfassen und küken nicht anfassen wenn ich das nest einfach sauber mache spielt das irgendeine rolle sauber machen nicht wenn junge drin sind oder eier drin sind auf keinen fall benutzt aber aber es würde die population auch nicht zum absturz bringen nein aber nicht eier oder jungen entfernt macht man nicht ich spreche jetzt auf den geruch an nein genau auf keinen fall also macht den vögel nichts aus theoretisch kann man die wenn die jungen im kasten alt genug sind kann man die auch rausnehmen bringen ja was für wissenschaftliche zwecke spielt keine rolle haben die wieder an haben wir das auch mal geklärt ich bedanke mich ja tolle sache du hast ein sehr dünniges fleckchen erde hier ist sehr schön ja okay prost lecker